Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 14. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 900. Genau, wir haben es geschafft. Wieder mal eine 100er Serie voll. Heute geht es um die folgenden Themen. Zu Feier des Tages hat Apple neue iPhones vorgestellt, nämlich aus der 12er Serie, ein HomePod in der Mini-Version. Huawei hat bekannt gegeben, dass sie neue Geräte vorstellen werden. Facebook hat extra für uns den Messenger neu angepinselt. Und Beats hat das wahrscheinlich günstigste Apple-Kopfhörer-Paar vorgestellt. Ein Paar ist ja nicht, es ist an einem Kabel. Aber beginnen wir mit den Themen. Wie gesagt, exakt zu unserer 900. Folge hat Apple das neue iPhone 12 vorgestellt. Nicht nur das, auch ein iPhone 12 Mini, ein iPhone 12 Pro und ein iPhone 12 Pro Max. Das Ganze beginnt bei 799 Währungseinheiten und hört irgendwo bei 1589 auf. Also von der Preisgeschichte hat sich nicht viel geändert. Ausser eben, dass neben den zahlreichen neuen Funktionen und der neuen Kamera und der neuen Lademöglichkeit MagSafe, ich bin schon ganz gespannt auf die ersten Kickstarter-Projekte, die damit kommen werden, hat Apple auch den neuen A14-Bionic-Chip verbaut. Und was haben wir noch Neues? Ja eben, wir haben wieder ein Mini, wir haben wieder ein kleines iPhone. Also neben dem SE, was ja im Frühjahr diesen Jahres schon vorgestellt wurde. Somit gibt es mittlerweile von irgendwie 400 irgendwas Währungseinheiten gestartet bis 1100 knapp. Also 1059, nee, doch irgendwo in dem Rahmen rum, 1129 genau, das war es. Neue iPhone-Modelle, somit für jeden was dabei, würde ich doch mal behaupten. Das neue iPhone ist auch dünner, es ist leichter, es ist vor allem schneller. Es hat auch jetzt, oder ich sage jetzt nicht endlich, weil es gibt Länder, da ist 5G noch nicht ganz so ein Thema. Entschuldigung an der Stelle. Aber eben, es hat jetzt auch 5G-Intus, schnelles Netz, latenzfreies Netz. Wer sich die Keynote nicht angeschaut hat gestern, kann das tun. Link wie immer in den Shownotes mit drin auf daily.geektalk oder eben im Podcatcher eus vertrauens. Der HomePod ist Siri in Hardware-Form. Der wurde schon, ist jetzt zwei Jahre her, vorgestellt. In einem grösseren Umfang mit vielen Speakern drin. 6 oder 7 waren es glaube ich, oder nur 5, auf jeden Fall einige mit drin. Tolle Hardware, toller Sound, vor allem wenn man ihn zu zweit betreibt, im Stereo-Modus. Endlich ist die Siri-Hardware, wie ich sie jetzt mal nenne, in einer bezahlbaren Version erschienen. Nämlich in Form des HomePod Minis. Er ist nicht, wie die Leak-Bilder in letzter Zeit rumgegangen sind, ähnlich wie der große, sondern er ist in einer coolen Form. Schaut schick aus, vor allem wenn man es ihm ein Bewegbild anschaut. Also, wenn man ihn richtig im Einsatz sieht. Hat ein paar coole Features. Smart Home-Geschichten, wie eben Message an alle. Finde ich eine extrem geniale Geschichte. Siri logischerweise. Und verschiedene Möglichkeiten, wie kurz vor dem Haus gehen. Wo ist dann mein liebes iPhone? Sag mir das doch mal und solche Geschichten. Ich bin extrem gespannt. Auf was ich nicht gespannt bin, ist, dass er nicht in die Schweiz kommt. Das heisst, wer ihn hier in der Schweiz haben möchte, und so wie ich gehört habe, ist in Österreich genau immer noch so, Ja, der darf auf Grauimporte zurückgreifen. Da bin ich mal gespannt, ob der Preis dann immer noch bei 99 Währungseinheiten liegt. Herr Zuckerberg möchte uns auch zu der 99. Folge vom Geek Talk Daily gratulieren. Und das tut er im Fall, indem er dem Messenger eine neue Optik verpasst. Nicht nur dem Messenger selber, neue bunte Farben, sondern auch das Logo und somit auch der Hinweis, dass das Ganze immer mehr verschmilzt. Nämlich der Facebook Messenger und Instagram DM, die kommen da immer mehr zusammen. Ich freue mich, wenn da auch WhatsApp noch mit reinschmilzt und dann alles weg ist. Zu guter Letzt hat Apple auch noch fast leise ein anderes Update rausgehauen. Die günstigsten Beats-Kopfhörer sind raus und die heissen Beat Flex. Die verfügen auch über den H1-Chip, also somit sind sie mit Apple-Geräten einfacher kompatibel und haben da die ganzen Vorteile, was es so gibt. Aber sie sind auch für die Android-Welt gebaut, denn es gibt eine App auf Android, womit man dann schlussendlich auch Firmware-Updates etc. alles einspielen kann. Spannend, spannend, USB-C ist mit dabei und beim Bestellen wird nur knapp 50 Währungseinheiten verlegt. Das ist natürlich auch mal was Spannends. Und zu guter Letzt, weil die Sendung jetzt schon fast durch ist, noch einen kleinen Hinweis vom Pogipsi.ca-Blog habe ich darüber berichtet, wie ich bei meinen Eltern, also im Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, das Netzwerk meiner Eltern abgegradet habe, nämlich mit dem Fritz-Mesh-Set. Und wie das gegangen ist, was es gebracht hat etc., das könnt ihr, wie gesagt, nachlesen. In diesem Sinne, vielen Dank euch immer wieder fürs Zuhören, fürs Runterladen der Folgen, für euer Feedback und noch viel mehr für die ganzen Tippgeber. Wir haben so viele Zuhörer, die uns immer wieder durch den Tag hindurch Tipps zu neuen News etc. geben. Das ist toll, sowas lieben wir und mögen wir und wir freuen uns auf die nächsten 100, denn dann haben wir ja dann unsere tausendvoll, die wir mal angestrebt haben. In diesem Sinne natürlich auch einen ganz lieben Gruß von Achim und bis bald wieder, euer Pogipsi. Tschüss.